ja ich bekomme mein namen und ich benutze ich zurück zu xbase da was bell von zwei hier aber das datiere dass wir darauf klicken mustag ist verstärkung 17 tage dafür zeit hallo spiele gefecht durch den fehlt es manchmal nein wir spielen noch mal dingens weil das macht mir am meisten bock bin ich noch mal auf hock das wäre richtig gut mal ein bisschen abwechslung na da waren wir auf der beta noch zum chip die level da habe ich erfahrung weil ich jetzt achten okay immer gerne auf der anderen seite spielen fand ich im ersten teil einfacher kampfläufer zu erledigen ich glaube auch einfach in der beta oder nahtwerfer suchen und auf der ding war lande müssen wir glaube ich sogar aber spezialist einfach so bin kostet 8.000 an so und die beiden 6.000 weit aliens sind also gar nicht aber nicht mit uns erste welle ist gescheitert wir haben schon den gang ganz hier verloren wir müssen ja ich schiebzeug ja dann sinken unsere chance oder ich ein sniper als erstes genommen aber wir müssen jetzt herangehen da müssen die jetzt ich weiß nicht doch wir müssen noch dinge legen wo war war ich schreibe laut ja hat gerne rags gerne rags ja wer ist das hier zusammen solltest du mit sagen gemeinsam macht es mit dir immer oder fliegt und sie du schaffst das ich glaube an dich sie aber bist du denn so wieder weg geraten das lasst mich auf dem weg ich bin arzt das diese droiden müssen wir nicht erschießen wir sind vor allem verlieren wir haben jetzt vier leute von denen erledigt was denn kann man erledigt dann können wir den auch so anschießen okay wenn ich so dinge einsammeln da da sind die ap von dem teil ich weiß nicht da ist das ding aber ist nicht auf beiden seiten immer eins da ich beschütze ich kriege ok ich weiß wieder der tut er anschließen dann haben wir zeit darauf zu ballern wenn die ganzen gegner jeder schuss zählt irgendwann tauchen die da er er kriegt mich niemals ja ich sehe es star lord hero ich baue mehr schaden oder wie immer so eine person ich schieße lieber auf das ziel anstatt auf die gegner also brauche ich jemanden der mehr schaden macht sowieso keine gegner wie ich dir mal auf der teil das war ein treffer habe den mtt erwischen dann sind dann sind dann wende ich will nichts beitragen aber was solls hier so ich sehe sowieso keine gegner waren ich habe von hinten angeschossen wenn es sowieso vorbei sich umgedreht habe ich schon tote ich meine materie alles hat das gut muss man auf jeden mal finde ich sehe abdenken nicht mal man schießt sich da hinten ab glaube ich na ja wer hat schaffen ich glaube nicht aber immer schaden das ding hat desto zu weniger verstärken bekommen wir am ende wo ich sehe die nicht der schon gegner da kam schaden um getroffen getroffen was machst du jetzt ich bin chewbacca ja oh gott da ist keine rennen wenn wir mal rechts klickt macht dann schießt man so cool ha 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 kompensal ich kann nicht aufladen möchte ich gerade herger blieb mann da jetzt 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 kommt es auf mich zu baumkrieger ich hatte auch bäume bäume schaden ja wer warst du noch mal bin ich das bin ich da gerade redet gelingen da denkt putz auf dem armen der keil oder rent mieses gefühl ich bin ein vater heute mal jemand kaputt da ist das schon wieder war auf der teil als einer mann mein gott ehrlich jetzt mal wenn ich auf den baller getroffen für den wickel granate zusammen jetzt kommen sie hier rein er kommt nie im leben hier rein kommt stimmt jemand vorbei warum bin ich so am lenken gerade überlegener verbündet hat aber Wir müssen uns zurückziehen, aber eins verspreche ich euch, noch geben wir nicht auf. Haltet die Waffen kühl. Wir sind am Einsatz ziel. Obwohl, wie viele da sind. Oh. Warte, ich komme gleich, ich bin leicht da. Guck mal, der kleine Yoda. Charge. Boom. Ist noch draußen gelandet. Ah. Ah. Will nur noch ein Leben. Ah, meine Augen. Irgendwas habe ich da kaputt. Geschützt oder so. Da war gut. Ach, der schießt die ganze Zeit die Blitze. Ich habe mir schon gefragt, kurz nach meiner Hand. Lava Gute. Ich habe so das Gefühl, ich war sogar ein bisschen von Bedeutung in diesem Kamm. Ich glaube ich weiß wie wir das hinkriegen. Chewbacca bist du das? Weil wirklich sind schon mal kann. der mann oder heute schon hier vor wird ich traue mich nicht der kontaktgranate zu werfen wo wo oh sarah androide durchgesprungen statt geschützt sehr gut war mann jetzt fällt aber das ding da ja sehr gut läuft gut mit einem schweren geschütz und schwere truppler ich sollte mal dahingehen weil ich mache der große bedeutung nicht dahingehend ja punktumäßig läuft also krieg noch genug punkte für den held ja gemeinsam mit folgt team orientiert sieht man voll an den charakter immer irgendwie irgendwie durch die mitte kommt das war ein bisschen vorrücken hier genau nicht weg sind die alle aber ich habe etwas böses bevor ich habe meine an meine augen wo seid ihr gewinnen war ja ich kann keine helden spielen ehrlich gewonnen wir haben gewonnen wirst du nicht mal diesen planeten droiden sagen es cool level 5 cool okay was wir ein paar sachen öffnen ja jetzt 25.000 punkte jetzt die ultimative waffe als one schottet wenn ich halbwegs in der nähe von ihnen schieße nur ein buster kiste verstärkungen wo wir gehen hat ja noch langsam an kommen wir noch ein paar parts hier von kohl wird alles nacheinander freigeschaltet was er auf zwei kisten wo er damit morgen war alles nur weiß gemeinsam geht wir aber jetzt alles ausrüsten ausweistung bei keils dabei das grüne es war schon cool wenn wir weder kaufen wird nein ich will nicht kommen jetzt weder kaufen guck mal freischalten kurz gleich genau anpassen und maximal gesünder bitte da ist ja schon mal was da kommen dass ich habe ja mal noch was gäbe so wo ich da schon dran gegangen bin stehe nicht so schnell regioniert jetzt hat gar nichts ich glaube ich auch schon immer gut warum zeigt er so nach oben ich möchte noch mal anmerken möchte nur sagen roto roto jetzt war es ja schnellst du nicht aufs kinder und versuchst höheren nahkommstschaden haben wir siegst wenn deine erde ist nicht so gut finde ich würde ich sagen dann was das für diesen paar spieler weiter irgendetwas naja und wird hier und wird gezeigt ja noch ein paar tage so jetzt egal ob ich das schaffe oder nicht dreimal glatt spielen naja ich wollte eigentlich gleich aufhören wo es da kiste eiden würde so also das werde ich bestimmt nicht schaffen gott dann sage ich das war es für diesen part ich habe gefallen hat er lag ein abonnieren kommentar oder sonst irgendwas entlassen würde mich sehr freuen den kanal weiterhelfen und sehen wir uns in der nächsten folge wieder tschüsskowski hier hier Untertitelung des ZDF, 2020